hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge rocket league auf rohkorti und mit dabei sind heute kai und money alle leute drei gegen drei rocket league heute schau mal wie das so wird nicht wahr jungs ab jetzt würde ich sagen die absprache was machst du denn da ich bin da weil er sich ja drin gewesen da fällt mir jetzt gibt die teile der geht rein oder kommt nach hinten der box sich nach vorne ja er ist in der mitte torwart torwart bist du doch jürgen klingsmann niger ist der jens lehmann lehmann dem halte ich doch beim zdf machte das so coole sachen manchmal wenn es fußballspiel fernsehgarten jeden sonntag doch nicht so abschließt eigentlich so nach unten für die mitte aber wenn da keiner steht kein top stürmer dann ist halt schlecht muss ein messi stehen also kein messi aber mess zu stehen also kein maddin der sohn wühlwerk baut damit der ball einfach gar nicht mehr über unsere hälfte rüberkommen ist das schlecht so eine 800 meter hohe mauer ist das ein spoiler man in amerika das ist bei den film 300 nicht kennt ja jetzt sowieso nicht mussten dankeschön so ich kenne ihn nicht aber ich glaube ich will noch gar nicht sehen weil irgendwie das nicht so richtig hallo hallo martin alter maddin maddin hundertprozentig guck es dir an ich bin überhaupt nicht reingegangen guck mal dass du reingehauen nee du schiebst den ball in unser tor rein verlieren nicht hallo vielleicht kommt das tor hier für ein schalke 04 wir sind doch schalke oder wir sind rot manuel wir sind kaiserslautern oder so kaiserslautern wir sind der erste fc köln sind wir kooler lav wir sind köln sind ganz wichtig kail du bist immer auf karneval fest und so ne er ist immer auf dem karneval fest erzähl doch mal wie ist da so die stimmung ich war noch kein einzigen jungs Wo ist denn der Torwart? Ach, das ist unser Torwart. Ja, toll. Gleich auswechseln hier. Gleich auswechseln. Auf der Ersatzbank. Guck mal, ich fahre. Ja, ich fahre auch. Pass auf. Ja, es ist Kalt, war was. Also, Jungs, also wirklich. Ja, Kai, warum machst du das Tor? Was? Den guck ich jetzt nochmal an. Oh, ja, sicher. Oh, war der gut. Er hat ganz elegant angeschnippelt und so. Ja, das kann ich am besten. Elegant Sachen machen. Ich kann aber nicht, Torwart. Dann lern es halt. Weil du bist jetzt unser Torwart, ist egal. Mach ihn rein. Ich bin der Tor-Schütze. Du bist einfach ein dreckiger Abstauber. Nein, das ist nicht so. Nee, gut, dass er nicht reingegangen wäre. Er hat sich noch stehen geblieben vorm Tor, ich sag's dir. Nee. Nee, 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 nee. Auf jeden Fall steht es jetzt 2-2. Jetzt müssen wir wieder rausnehmen. Okay, ich bleibe im Tor. Ich fahre. Weg da, hallo! Der kommt in die Mitte, pass auf. Wo kommt der denn in die Mitte? Ja, warte drauf. Auf was? Auf was soll ich denn da jetzt noch warten? Auf den Superpass. Der kommt nicht. Rückzieher. Das war ich hier. Nein, hallo. Ich komm raus. Äh, warte. Warte, warte. Meiner. Komm mir boost. Oder so, den nehm ich mir. Warte. Warte. Oh, der ist zu hoch. Der war zu hoch. Madin, du musst in den Kasten rein. Ja, wo ist der Mann gewesen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Mann. Wo der wieder war. Ja, boost geholt. Er hätte locker gehalten. Nix boost holen. Im Tor stehen bleiben. Ja, was ist denn der bei anders nicht mehr, hä? Ist er aber nicht. Nicht, Mann, boost. Dann bin ich jetzt im Tor. Sonst wird das hier nix. Bitte fällt was? Ja, sag das Madin. Wer macht denn jetzt? Ohohoho. Ich hätte dir noch mal gemacht. Disrespect. Genius. Ey, den 20 Punkte hat Madin, ey. Das ist mit Abstand der schlechteste von allen. Ich bin auf dem ganzen Server. Ja, und? Der ist bei uns im Team. Ist das traurig. Oh, was macht er? Was macht... Ey, jetzt mal ehrlich. Guckt euch das doch mal an. Entweder war es ein Mega-Lag oder der hackt. Guckt euch das an. Hä? Das habe ich doch nicht hinbekommen, sowas. Wo ist der Voice-Chat eigentlich? Lass mal hier die Meinungszeile sagen, den Typen. Was denn? Ist der bei O? Der Voice-Chat. Wir sagen, dass der hackt. Weiß ich gar nicht. Hä? F1? Martin, jetzt machst du das. Okay. Gibt es anscheinend euch nicht. Kommt, der kommt, der kommt. Ne. Der war zu lang. Wir müssen das alles auf eine Karte setzen. Auf welche? Die, wo Verlieren draufsteht. Okay, ähm. Kavo 8. Die gibt's gar nicht. Da gibt's Kavo 8. Nein. Nicht bei meinem Kartenspiel. Ja doch, natürlich gibt's Kavo 8. Die gibt's dann Skate. Ach ja, doch. Die gibt's. Ja, auch gibt's so die Asse. Ja. Ich hab kein Voice-Chat. Ab und zu gibt's nochmal mit König. Oh, nein. Ich wollte wieder so cool anschnippeln. Ja, so funktioniert. Ich hab nicht damit gerecht, dass die gehen einfach nicht losfahren. Oh, jetzt machen's aber hier ganz schön nass. Jetzt nach vorne. Jetzt nach vorne. Wir müssen noch zwei Tore schießen, ne? Ja. 30 Sekunden. Jungs. Was ist hier los? Also, hier, nimmt noch einer den Ball. Ja. So einer. So einer nimmt dann den Ball. Was? So einer wollte Team spielen. Ich hab kein Boost. Oh, nein. Das kann nicht wahr sein. Jungs. Hätte aber nicht den Ball da nicht durchgelassen. Mann, kacke. Ja, dann lass uns doch recht und daher. Ja, die sind, das sind die Gewinner. Achso, jetzt kommen sie erst. Ja, wir sind zu zweit. Ja. Oh, cool. Raketenspur. 80 Punkte hat der! Ja, die Gegner haben... Aber guck mal, die Gegner, die waren ja auch zu viert, ne? Also können wir das ja Followern haben. Nicht wahr? Finde ich auch. Hm. So. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ich bin zwei Folgen hochladen. Ein. Ein. Rocket League. Haut rein. Ja. Macht einfach rein.